Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen. Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen und wecken Freude in allen Herzen. Ihr lieben Eltern, in diesen Tagen, was sollen wir singen, was sollen wir sagen? Wir wollen euch wünschen, zum heiligen Feste, vom Schönen das Schönste, vom Guten das Beste. Wir wollen euch danken für alle Gaben und wollen euch immer noch lieber haben.